Geh zur Hölle und komm nie zurück! herausfordernd! Danke Timo! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! So, dürfen wir jetzt gehen? Ja, ne? Oh es geht weiter! War das nächster Fight hier, oder? Ah ne... Okay! Game, ey... Alphadackel, die Weizartinie schon in den Elden Ring. Darf ich da rein? Oha, okay. Fängt schon gut an. Timing. Nochmal kein Timing. Bleib da drauf. Das ist wirklich gut. Oh! stirbt doch man wie es echt die geschichte weiter erzählt so du hast gerade ein necronomicon auf necronomicon aufgehoben nach verwendung gewährt es dir vorübergehend unsterblichkeit diese fähigkeit kostet außerdem punkte die du durch wahnsinn erhalten kannst eine fähigkeit wird der tast auf der fähigkeitssymbol auf dem fähigkeitssymbol deswegen lässt sich ja so reden lesen scheiße zugewiesen so wir haben es auf 11 witzig ne vielleicht sollte ich über die apokalypse lesen scheint die perfekte lektur an dieser occasion muss schon wieder so ein loch speicherpunkte cool so Oh, man. Hau die hier richtig rein, du. Bastard. Boah, jetzt geht's, glaube ich, in die Hölle hier. Fies. Let's move this. Jetzt kommt er noch von unten. Oh, das ist der Jäger, ne? Au! Jetzt kommen die anderen von hinten. Nicht nett. Hier doch. Scheiße. Ey, wo kommt der denn her? Du Affe! Bestimmt explodieren den Fischen. Ich glaube, Takt. So erleben wäre toll, ne? Schade. Ja, wir skippen so ein bisschen die Geschichte hier. Oh, schon fertig. Nice. Ah, das ist schon heftig. Lewis! 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 Richtig! Fisch! Und schlechter angriff ihr leute hier bin mit denn hier so Oh mein Gott was bist du Er ist verrückt wenn du die ganze Zeit hörst Oh ist die schnell Oh ist die schnell Fast die ganze Muni ausgegeben Ja den wir jetzt zurücklassen Oh ist die schnell Waffe leer Müssen halt schnetzeln Ach guck mal das Muni Muss die Taste umlegen anscheinend Zum vierten mal umsonst gemacht Ah nur weil er so lange nachladen musste Okay die Tür kriegen wir nicht drauf Wow Das war's. Nioh, kann ich nicht mehr. Das war's. Aba, Aba. Alter, die hält aber... Boah, ich hab noch zwölf Leben. Das ist nicht gut. War nix mehr, ne? Heilung? Speichern. Oh, geht er nicht weg. Keine Rechte. Ist ja gerade zum Sterben in die Ecke gegangen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Vater, bitte! Wir sehen uns dann gleich für Shapes. Jetzt wird es mal schön.